Und Willkommen liebe Freunde bei My Little Pony und eine Quest, weniger, lass bei dir also ein Applejack, der Anfang von was, etwas wunderbar Ah, guck mal, dann kämmern wir den Baum Wer ist denn das? Hallo, kleines Fohlen bist du, ne? Wer ist denn das? Das ist Pichy Pie Sonst? Mrs. Apple Hallo? Koffer oder Appelbaum habe ich doch Ach, roter Appelbaum Das hat mich auf Bild groß irritiert Na ja ja Spike, ich hasse nichts Ihr seid doch bescheuert Kommt Jungs, das Ors... Erz Wechsel Ich 할� den Mager Wir nehmen die billige Variante ich gebe jetzt 75 edelsteine aus oder was sonst habt ihr keine probleme auch nicht schon mal der flughunde man kann aber das ganz schön in länge ziehen leute finde ich aber gar nicht so ihr fragt euch natürlich dieses locken bonus und zwar haben wir einmal zucker ja beim zweiten locken gab es aber kein pony dafür gab es gar nicht ganz zu viel scheiße drin und nämlich das klats klotz der stadium reißen reißen wo soll man das eigentlich hin hinbauen wir haben keinen platz das ist das ding schwebt und ihr klein nützdinger den nest aber auch ganz schön lässige fiecher nur am nerven nur am nerven nur am nerven ne soo halt ober ja 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 warte mal den zuckerball zuckerball reißen noch einmal hallo wo ist denn das hier hat ja auch so ein schloss was ist denn los ey ich hab baumangel himmelgott das dauert jetzt mal wieder wie lange ok zu lange genau böser first so halt kommentar hih hih kanzinduja oh da 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 das habe ich nicht mehr gedrückt. Oh, und unser Akku geht zu Neige. Keine Baguette, nein. Und nächstes Mal kriegen wir einen Laden. Oh, ich muss mal die Apple Family noch ein bisschen aufweiten. Ja, ähm, was kann man denn kriegen? Wir können schon wieder zwei Ponys bekommen und ja. Moment, nicht wirklich. Warum ist denn das Gebäude hier nicht benutzt? Hallo? Aha, das gibt es immer wieder. Äh, weil er Geld verlieren macht's. Ja, nicht billig. Das war einmal ein Kinderspiel. So, jetzt gibt es eigentlich. Halt. Nein, da wollte ich nicht hin. Was vielleicht auch mal schön wäre, wenn es neue Lieder geben würde aus dem zweiten Film von My Little Pony Equestia Girls. Das wäre schön. Ja, hoffentlich kommt ja auch hier mal Ball mal was. Wie wollt denn Daniel? So. Ja, da haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten, aber das kann dauern. So. Wo waren das? 82.000. Oh, diese kleinen netzigen Tiere. Ähm, waren da eben gerade zwei Lieder. Ein bisschen bugging. Ich glaube, wir müssen aber da aufräumen hier ein bisschen. So, das soll es auch erstmal wieder gewesen sein, bei My Little Pony Equestia Girls. Keine Bisschen. Ah, halt, 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 halt. Da haben wir doch eine Nervenzeige gefunden. So, und ich verabschiede mich erstmal und wir sehen uns bei einer weiteren Folge, wenn wir wieder ein paar Flughunde, ja, zum Landen gebracht haben. Bis denn.